Man macht so ein Video Spaß, wenn du schon zum dritten Mal aufnimmst, weil das Kack Mikro kaputt ist, man. Ich bin tief entspannt. So Leute, herzlich willkommen auf GUNO TV, meinem neuen Kanal. Und das Besondere an diesem Konzept ist, dass ihr bestimmt, was auf diesem Kanal läuft. Das heißt, ihr seht auf diesem Kanal nur das, was ihr auch sehen wollt. Das regelt sich ganz einfach so. Ihr schreibt mir unter das aktuellste Video, also in dem Fall wäre es jetzt dieses hier, einen Vorschlag fürs neue Video. Das heißt, ihr schreibt drunter, ich würde mich freuen, im nächsten Video irgendeine Challenge zu sehen oder so. Ja, seid ihr wirklich komplett kreativ, allerdings auch realistisch. Also, schreibt nicht irgendwas, äh, total abgefahrenes, wie Fallschul springen oder, äh, geh bei drei Grad tauchen oder... Es sollte schon realistisch sein, ja, aber... Seid wirklich komplett kreativ, denkt euch irgendwas aus. Ich mach so ziemlich leck mich am Arsch, Alter. Hallo? Ja, super, danke. Junge, ich dreh grad ein Video. Oh, halt doch, Alter. Ich bin ruhig. Ihr müsst wissen, ich dreh das Video. Das ist das erste Video. Das erste Video. Und ich dreh wahrscheinlich... seit... zwei Stunden. Kein Ton. Kamera-Schrott. SD-Karte-Schrott. Junge, das ist das erste Video. Weiter geht's. Ich bin ruhig. Ihr schreibt mir unten eure Wünsche rein. Ja, und ich werde sie versuchen zu befolgen. Ich hoffe, dass dieser Kanal, äh, sehr groß wird, aber er kann wirklich nur mit eurer Hilfe groß werden. Ja, deswegen... An euch, ja, seid aktiv. Kommentiert vor allen Dingen die Videos. Es kommt viel auf Kommentare an. Äh, natürlich freuen wir mich auch über Likes und Abonnenten. Und... Ich werde, glaub ich, in der ersten Zeit erstmal so ein paar Freestyle-Videos rausnehmen, weil ich erwarte jetzt noch nicht so die großen Support, dass jetzt in unserem ersten Video schon, äh, irgendwelche Kommentare dazu sind, irgendwelche Vorschläge. Ähm, deswegen werde ich am Anfang einfach vielleicht ein bisschen Freestyle raushauen. Wenn, äh, schon Kommentare da sind, dann werde ich nach meinem Konzept gehen. Aber ich erwarte noch nichts. Wirklich, ich erwarte noch nichts. Und falls sich manche Leute fragen, die Junge, was hat der für eine behinderte Stimme? Warum lispelt der so? Und warum... Ja... 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 Dann würde ich sagen, das war's mit meinem ersten Video. Ich hoffe, euch gefällt das Konzept und, äh, ich hoffe, ich kann auf euch zählen. Und, dann sehen wir uns im nächsten Video. Äh, bis dann... Hau dran! Das war's für schon. Ah ja, auch die Karte.